Musik Am 28.12.2017 startete auch bei Niko Feuerwerk in Wuppertal der große Lagerverkauf von Feuerwerksartikeln aller Art. Vom Kanonenschlag bis zur Silvesterrakete bis zum Tischfeuerwerk war mal wieder alles dabei, was das Herz eines Pyro- und Feuerwerkfans begehrt. Die letzten drei Verkaufstage des Jahres machen wir hier bei unseren Werksverkauf von 9 bis 18 Uhr und am letzten Tag dann halb bis 13 Uhr. Wir ziehen das nicht so ganz so riesig auf. Es ist mehr oder weniger inzwischen Mund-zu-Mund-Propaganda ohne große Werbung, weil wir natürlich auch unsere Händler in der Nähe ein bisschen schonen wollen. Das heißt schonen, aber nicht, dass wir denen das Geschäft wegnehmen. Hier haben wir eine Neuheit dieses Jahr, das ist der Klopper, eine 50-Schuss-Effekt-Batterie mit silbernden Palmen, bunten Bouquets und einem großen Crackling-Finale. Läuft so um die 50 Sekunden die Batterie und für das Kaliber kommt da einiges raus. Kann ich nur empfehlen. Musik Musik